okay endlich die heiß geschafft ich hasse kaktüsse kaktien es sind mehr kaktüsse aber irgendwie habe ich das gefühl dass sie morgen und ihre schwester so absolute gegenteil voneinander sind die worden ist so die ganz ruhige und ihre schwester so übelst aufgedreht wir sind einfach so gegenteil die worden ist also die ruhige die bleibt einfach gesagt aber nicht viel genießt mehr gut gibt nicht viel von sich die genießt einfach sie nimmt lieber vier von anderen ich verfühle sind die magische die nachtklub haben wir jetzt irgendwie war man mal dann jetzt wir machen es auch für diese doppel dinger ich weiß aktuell nur davor dass das bei den formel 1 rennen ist woanders weiß ich keine ich brauche eine einladung ich bin mal ganz kurz auf toilette bin gleich fährter ich habe auch so was musst du ja hättest du dann auch so was muss in einer youtube-gruppe mitzirkt dann musst du dir auf den jungs tragen wenn sie sich bereit erklärt auch ab und an mal sonntags morgens um 11 uhr anzufangen dann von meiner sort das ja aber das entscheide ich natürlich nicht alleine da markus ist der verwalter von der co der muss natürlich da auch und soll da natürlich auch ein würdchen mitreden wir brauchen wie gesagt das hat leute die heiß durchziehen und das ist es halt wir nehmen halt meistens sonntags morgens melde auf oder ab 10 je nachdem weil halt selten zwar unter der woche irgendwie was rein zu bringen was ruhig wie wie in die co oder was eine mission zu 6 nicht so viele bitte hier drin das ist dann gerade in der gruppe jetzt hier ja ja das habe ich schon mitbekommen irgendwie so ein bisschen ja die sind fünf ich würde ja sonst aus lust und laune rein muss ja nicht über diese doppel der pediger aber ich würde halt die schütze mission gerne mal durchziehen doch mal ich würde ja auch immer und der andere mich für die ganz witzig warum auch ich wieder so bin wieder da nicht nur im bunker sondern auch an alles halt so ich würde ich habe noch keine ahnung bekommen ich weiß nicht was jetzt gerade ansteht aber es soll wohl diese doppelt der pediger gerade geben ja ok könntest könntest du bitte in deinen verlobten rein hüpfen wenn wir nicht in einer partie sind das ist irgendwie unpassend du willst doch auch immer die worte reiten wir alle zusammen sind ja gut in einer partie wäre vielleicht sinnvoll aber dann können wir nämlich auch verstehen was auch ist würde ich sagen ja gut ja es geht auch darum dass wir nicht immer mitbekommen was er dann sagt august möses wurst wenn es so geht dann ist gut au au so und er wird auf der löser also die achten ist auch hier auf dem server okay meine freunde von mir eigentlich und nämlich gerade dass sie hier auf dem server ist wenn ich das ist kennst du nicht ich meine welcher game attack soll das sein schluck über 12 auf meinem server ich weiß nicht oft du bist auch bei uns auf dem server da ist das die ja die wenn überhaupt noch da ist ich guck gerade mal nach so da ist und ich guck mal gerade wo die steckt sage ich doch die ganze zeit dass es die formel 1 rennen sind das ist das einzige was aktuell doppel abweh doch das ist tatsächlich ist mir freundet immer noch habe ich eine als andere nur raus also wollte jetzt total zusammen formel 1 rennen fahren geht ja der kopf so der ecke wenn wir sechs sind ist ja auch okay 5 4 5 das ist ein bombe das geht ja ja diese koppel Ist hier irgendwo ein Klamottenladen an hier? Ja, da liegt ein SP, gut. Oh! Weeeeee! 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 Let's do... mal anrufen so ich mache nur kurz die mission noch schnell zu ende also die 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 mission ja noch ja 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 ich hasse dass wir nicht dann ein so quer die karte fahren ich komme sofort das will keiner wissen war mein gott alter ich hasse dass wir die npcs so übelst ausrasten die fahrten ja teilweise ineinander sowieso ein zweiter ja alles nur posten so geht sofort los ja ja wie gesagt ich bin nur eine minute da ja ich muss halt nur das auto weg bringen ich musste ja ich habe so eine nebenmission sind aufgepfiffen ist auch gemacht ich muss hier kurz was zum büro zu nehmen ja ich merke wie aus ihr das hast so erledigt was es dafür gibt für so einen kam mit 10.000 warum nicht wollte ich immer mal alter jetzt komme ich also bis wir sagen ich komme das ist wieder so eine kontaktmission na gut die lohnt sich ja ja alles gut die sind perfekt damit habe ich mein level damals hoch bekommen ich stehe auf dem tisch ich stehe in dir ja geil die mission aber können wir ja auch mit dem hedi machen oder nicht ja ich würde das für ein buzzard oder so ja ich mache was anderes ja der hat übrigens keine arme aber gerade sagen sind ja genau die richtigen so dann kommen wir hier noch ein hedi holen pegasus hier so ich habe mir die garten geordert für mich so der artsteiler will wohl nicht mitmachen ich dachte ich dachte ich dachte der arsch ist ja diesen jet habe ich genau in dem moment drüber das ist das cap sie nimmt den großen dann sollte mein ne der ist groß ich wollte gerade sagen der hält gerade an schnapp ihn hier ich habe jetzt gerade den hedi geholt ich habe sowieso mein hedi so alles gesehen nehm du den linken ich nehm den am flughafen ja ja bin dran dann werde ich doch rum ist ein fahrer welten teile hinsicht ja warte ich dachte ja ich habe auch noch ein schnelles auto kannst du dich besparen warte hedi ist dauer ach ja ich hab ach ach ne ne die frage ist der unten oder oben oben warte ich mach das schon ich bin doch schon dran ich bin doch schon über euch ja ich soll ich einfach nur zugucken und rumfahren hier oder was ja dann lass ich dir alles gut und dann dreh ich jetzt ab und lass ihn dir schnapp ihn dir ja stimmt wohl ich gehe da lehnen und dann ist gut dann haben wir ja da fehlt mir doch der eine an dem flughafen aber den nutze ich der marcus jetzt gleich dann haben wir die aufgabe da wir haben schon alles gut die npc ist ja sehr gut erledigt so begibt dich zum geschäft der gegner in elbuo heights ok das ist doch das ist doch eine gute partnerschaft der eine fliegt gerne die andere reitet gerne das ist doch eine mensch das verteilt man sich das auf und äh so ne den schleudergang macht der bei uns ne den machst du gerne das ist dein part ach hier sind schon gegner drin soll ich hier schon anfangen abzuschießen ne na das ist doch so schau pein ich Das ist ja noch mal Moin Irgendwo steht noch einer Der steht glaub ich in der Garage und noch unten drin Vorsicht Der Handy, der bin ich Nee der Boss doch Der wird schon praktisch auf Wir waren schon beide dran Der hat gar keine Chance gehabt gegen den Jet und gegen den Heli Level up Level 273 Markus hattest du nicht den Müllwagen hochgejagt, warum steht man bei dir 0 Kates? Ja ich habe den Müllwagen hochgejagt, aber keine Leute Da war doch einer drin oder so Gibt es kein Doppelding mehr Da gibt es bestimmt noch ein paar Oder nicht? Wenn du die findest? Weiß ich nicht Im Zweifel sind die noch in der Dings in der Vierer Duo Ich verstehe das Vierer Duo gerade nicht Ne, wir sind zu 5 mit deinem Freund oder nicht? Kommen Sie, warte nie Okay Wie auch immer Macht, macht, macht ruhig was auf Genau Mädels, macht ruhig mal was auf Genau, macht die Beine breit So Du weißt schon Du weißt schon, dass ich gerade noch genug Kohle auf der Hand habe, ne? Ich hatte die 35.000, wollte ich gerade einen zahlen Ich habe dir aber das Geld nicht weggenommen Ja So So Ja 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 Ja